Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu der Prüfung Deutsch-Test für Zuwanderer. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Bildbeschreibung über Erfahrungen sprechen. Wir haben vier Fotos, wir beschreiben sie zusammen. Auf dem Bild sieht man eine Frau in einem Büro. Sie sitzt auf einem Stuhl und streckt sich. Sie trägt eine weiße Bluse und eine schwarze Hose. Die Frau hat rote Haare und eine Brille. Ihre Beine liegen auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch stehen ein Laptop, eine Tasse und einige Aktenordner. Im Hintergrund sieht man ein großes Regal mit bunten Ordnern. Durch das große Fenster fällt Tageslicht. Die Atmosphäre wirkt entspannt und hell. Auf dem Bild sieht man eine Frau in einem Büro. Sie sitzt auf einem Stuhl und streckt sich. Sie trägt eine weiße Bluse und eine schwarze Hose. Die Frau hat rote Haare und eine Brille. Ihre Beine liegen auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch stehen ein Laptop, eine Tasse und einige Aktenordner. Im Hintergrund sieht man ein großes Regal mit bunten Ordnern. Durch das große Fenster fällt Tageslicht. Die Atmosphäre wirkt entspannt und hell. Auf dem Bild sieht man drei Personen, die zusammengehen. Sie tragen warme Mäntel und halten Kaffeebecher in den Händen. Die erste Person ist eine Frau mit blondem Haar. Sie trägt einen beigen Mantel und eine hellrosa Bluse. Die zweite Person ist ein Mann mit braunem Haar und Bart. Er trägt einen dunkelgrauen Mantel, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Die dritte Person ist eine Frau mit dunkler Haut und lockigem Haar. Sie trägt einen hellbraunen Mantel und ein weißes Hemd. Im Hintergrund sieht man weitere Personen und moderne Gebäude. Die Stimmung wirkt entspannt und freundlich. Auf dem Bild sieht man drei Personen, die zusammengehen. Sie tragen warme Mäntel und halten Kaffeebecher in den Händen. Die erste Person ist eine Frau mit blondem Haar. Sie trägt einen beigen Mantel und eine hellrosa Bluse. Die zweite Person ist ein Mann mit braunem Haar und Bart. Er trägt einen dunkelgrauen Mantel, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Die dritte Person ist eine Frau mit dunkler Haut und lockigem Haar. Sie trägt einen hellbraunen Mantel und ein weißes Hemd. Im Hintergrund sieht man weitere Personen und moderne Gebäude. Die Stimmung wirkt entspannt und freundlich. Auf dem Bild sieht man eine Familie beim Einkaufen in einem Supermarkt. Der Mann trägt ein hellblaues Hemd und schiebt den Einkaufswagen. Die Frau trägt ein rosa Hemd und lächelt, während sie eine Packung Nudeln in den Einkaufswagen legt. Das kleine Mädchen hat lange, braune Haare und trägt ebenfalls ein rosa Hemd. Sie hält eine weitere Packung Nudeln in den Händen und scheint sich zu freuen. Im Hintergrund sieht man Regale mit verschiedenen Produkten, hauptsächlich Nudeln in bunten Verpackungen. Die Atmosphäre ist fröhlich und harmonisch. Auf dem Bild sieht man eine Familie beim Einkaufen in einem Supermarkt. Der Mann trägt ein hellblaues Hemd und schiebt den Einkaufswagen. Die Frau trägt ein rosa Hemd und lächelt, während sie eine Packung Nudeln in den Einkaufswagen legt. Das kleine Mädchen hat lange, braune Haare und trägt ebenfalls ein rosa Hemd. Sie hält eine weitere Packung Nudeln in den Händen und scheint sich zu freuen. Im Hintergrund sieht man Regale mit verschiedenen Produkten, hauptsächlich Nudeln in bunten Verpackungen. Die Atmosphäre ist fröhlich und harmonisch. Auf dem Bild sieht man eine Frau, die draußen auf der Straße telefoniert. Sie hat braune, lockige Haare und lacht fröhlich. Die Frau trägt einen grauen Mantel und einen schwarzen Schal. In ihrer Hand hält sie mehrere Einkaufstüten in verschiedenen Farben. Im Hintergrund sieht man unscharf Gebäude und Bäume. Es scheint ein kühler Tag zu sein, da die Frau warm gekleidet ist. Die Atmosphäre wirkt lebendig und die Frau scheint gut gelaunt zu sein. Auf dem Bild sieht man eine Frau, die draußen auf der Straße telefoniert. Sie hat braune, lockige Haare und lacht fröhlich. Die Frau trägt einen grauen Mantel und einen schwarzen Schal. In ihrer Hand hält sie mehrere Einkaufstüten in verschiedenen Farben. Im Hintergrund sieht man unscharf Gebäude und Bäume. Es scheint ein kühler Tag zu sein, da die Frau warm gekleidet ist. Die Atmosphäre wirkt lebendig und die Frau scheint gut gelaunt zu sein. Die Atmosphäre wirkt nicht aus und an die Frau warm gekleidet ist. Vielen Dank.